Raus da, ich bin jetzt Taxifahrgast a und du auch da raus zu fatsching Sauna überspringen das Taxi, ich bin einfach am schönlai e-de-de-de-de-de aaa-a-aa-aa-aa-aa-aa-a-aa-aa-aa-aa-aa-aa-aa-aa-aa-aa-aa-aa-aa-aaa-aa-aa-aa-aa-aa-aa-aa 83 Alter, der will mich doch verarschen, der denkt sich doch, wir haben is viel Kohle hier doch Buz Ich habe es gelesen! Ich werde es gelesen! Ich werde es gelesen haben! Ihr müsst das ganze Leben! Du solltest mehr als das sich schützen! Du solltest noch mehr schützen! Ja, du willst mit meinem Borde! Das ist ja nicht so! Ich würde es gelesen! Du solltest diese Bordeel sein! Oh, ich will! scheiße ein straßen kinder Prozent dann noch mal rüber mit dir Sari Ja, Kollegen, man, macht das, dass ihr euch verpisst, hier wird's gleich hart. Hab keinen kleinen Geld, man. Ähm, wenn oben ist denn der, ah, eine Maße. Ja, aber lieber hier, die da. An Leckung gehen wir nochmal. Ah, falsche Tür. Hey, Fettsack. Ah, falsche Tür. Tell Badman that I got rid of the competition. Ähm, schwul? Okay. Ist nicht dein Ernst. Ich schieß einmal und schon ist ein Bulle unterwegs. Unterwegs. So kleine. Als Maul, du Penner. Wir müssen uns, glaube ich, das gehört so toll, dass wir uns durchschlagen müssen. Nein, einfach, ach du Scheiße, drei Sterne. Ich glaube, ich töte mich einfach. Oh nein. Scheiße. Oh, die Bullerei, die Bullerei ist da. Hallo. Verschissene Scheiße. Ich habe kein Auto. Geh wieder aufs Auto. Verdammt. Ach, Fakt darauf, wenn ich draufgehe, dann habe ich wenigstens nochmal eine Waffe und ich scharftet werden. Also, wie hauen wir erstmal ab, wenn wir versuchen müssen. Und wie weit muss ich denn abhauen? Ach, du Scheiße. Egal, da ist der Autobahn, komm mal, wir machen voll das. Dann kennen wir dies über uns. Wir machen lieber mal die Sirene aus, bevor die das weitermerken. Komm mal. Ich brauche eine gerade Strecke, um abzugehen. Heißt, dass ich hier eine Chance habe zu entkommen. Hier ist es nicht so wie bei Mafia 2, da verdickelt man alle und dann haben wir es fertig. Ah, Straßensperre, wie schön. Aha. Scheiße, mach mal auf hier. Wir werden jetzt einfach Gas geben. Werden wir es schon irgendwie schaffen. Einfach Richtung Faust hin. Nein, das schaffen wir doch nicht. Die Typen sind voll... Oh. Das tut mir aber auch leid. Mann, ey. Wir gehen einfach so faust. Mal gucken, vielleicht können wir auch irgendwo so in den Kreis. Ist nicht dein Ernst, oder? Ist das Ende denn des Kreises? Ich komme aber nicht raus. Ah. Ihr Wichser, lasst mich doch einfach mal in Ruhe. Bitte. Das ist das... Ich habe mir Weihnachtengebote gefunden. Das ist so sauer. Ah, danke. Ich gehe drauf. Ah, gib mir deine Faschisne, Karre. Ich gehe drauf. Ich gehe drauf. Nachweis, was wir machen. Einfach, wie es normal eine... Wie es eine normale Mission wäre. Und gehen einfach zum Mr. Faust hin. Oder Faust, oder was ich. Ich sage, Geier. Geronimo! Taxis, glaube ich, lackieren hier nicht. Mann, das ist nicht dein Ernst. Mann, hau doch mal ab, ihr verschissenen, dreckigen Bull. Es muss es eigentlich gewesen sein. Geh doch kaputt. Wieso würde ich nicht kaputt mal gehen? Das ist der Forst, dem Place. Place. Da wohnt diese Dreck-Sau. Navi, helf mir mal, den Weg zu finden. Nicht, hier erinnere ich mich mal rum, oder? Oh, komm, ich durch, komm, komm. Ja, ja. Jawoll. Verdammt. Nein, da komme ich aber nicht. Nein, nein. Dann nehme ich halt die Karte, die Karte, schnell nehmen, die Karte, nehm, 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 ne Helft mir doch, Mr.Fuckington. Mr.Fauston, ich bringe... Fauston oder so. Ich bringe ihnen die Bullen. Bullerei, Bullerei bringe ich ihnen. Ich hoffe, es geht, die in die Bullerei zu bringen. Ja! Ja! Es ist Pippi Fax. Drei von Ulrich, ich wollte dich. Drei von Ulrich, ich wollte dich deine Frau aufhör. Hey! Stand over hier! Du sind verdammt guttert. Du bist ein Koffer von der Gere, die! Du bist ein Mann. Du bist ein Koffer von der Fynnang! Guteilen Sie dir den Eck. Du bist ein Koffer von Ulrich, ich schau dir in der Höhe. Somd wie ich ihn zum Himmel retrege! Van hat er dich an! Du bist ein Koffer, guter. комann. Ja, guter Name. Guter Name. Wo ist Dimitri? Busy. Er sagte, er hat etwas zu tun. Was? Was? Let me erzählen Sie etwas. Ich und dieser Mann, wir waren in der Armee zusammen. Wir waren in der Brüse zusammen. Wir sind wie Brüder. Es ist immer etwas. Es ist immer etwas. Ja. Willst du ein Drink? Nein, danke. Ich bin. Ja. 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 Du bist gut? Was? Mr. Faustum? Nein! Ich bin f***ing f***ing. Ich bin sorry zu hören. Ich frage mich etwas. Ich frage mich etwas. Du kennst sie? Nein. gut. Ja. Weil ihr ist tot, ich f***ing kiebelte. Warum? Sie ist meine D casing. Ich f***e sie. Ich f***e sie hier. Ich speier die rothe. Moine sie gut. Schau mal. Schau mal. Schau mal. Schau mal, was ich für sie verte habe! Ja. Ja, ja, sie ist sehr glücklich, dass sie so eine liebende Vater haben. Ja, sie ist. Sie ist eine Out-of-Control-B***.